Die Russen sind hier. Die Russen waren dabei. Sie sahen Eishockey als Mittel zur Propaganda. Wir sind die Besten, dank des Sokjet-Systems. Wir trainierten viermal am Tag, im Sommer. Wozu für einen Kerl spielen, der uns als Mensch nicht respektiert? Sport war eine Art Krieg. Wir wollen die nicht. Und es wird euch noch leid tun, dass sie gekommen sind. Die Sowjet-Symphonie ist aufzunehmen. Wir spielen für uns und zwar gut. Wie wir die Kommunistische Herausforderung treffen, ist auf euch. Würden Sie für eine Million Dollar in der NHL spielen?